ja hallo zusammen ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen folge von hdx oder open tx weekly diesmal wieder speziell hdx ganz kurz ein neues feature was einzuhalten wird in das nächste release von hdx und zwar betrifft es diejenigen die ein color lcd also ein farb lcd sender haben ich habe hier einfach mal die x12 s genommen es würde allerdings mit einer externen erweiterung auch mit der radio master tx 16 s funktionieren warum nämlich die x12 s nun wer die gewissermaßen in vollausstattung kauft der weiß dass dort ein lagesensor eingebaut ist in die fernsteuerung und den konnte man bisher nicht nutzen aber man wird ihn in zukunft nutzen können und das ist ja ganz einfach wir kennen das alle von unseren handys her so ist das hier auch ich habe einfach mal zwei mischer konfiguriert auf kanal 1 und kanal 2 und diese beiden mischer benutzen jetzt als als input die x und y koordinate des lagesensors für euch das kurz zeigen wenn ich also den sender um die querachse kippe das ist jetzt der y wert bei kanal 2 und wenn ich ihn um die längsachse kippe dann ist das der x wert in kanal 1 ja mir ist noch nicht ganz klar wo wir als funktionsmodell bauer das benutzen könnten aber da wird sich sicherlich eine anwendung finden in zukunft sieht das dann so aus dass wir hier ja ich muss mal ein bisschen ich gehe mal direkt in den mischereien da haben wir jetzt als quellennamen die möglichkeit tilt x oder eben tilt y zu verwenden und das sind die beiden ausgänge des lagesensors ja relativ easy wie gesagt wo da der konkrete anwendungsfall liegen könnte weiß ich nicht man sieht auch dass die werte relativ empfindlich sind da könnte man vielleicht noch eine digitale filterung einbauen um das ein bisschen zu bereinigen aber im grunde genommen funktioniert das und ja sucht einfach mal einen anwendungsfall dafür danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal